Der Mensch als Basis, Quantensprünge, Reproduzierbarkeit, Vollkommenheit. Vieles ist möglich, man muss es nur wollen. Im Fronius-Labor kann man wollen und versuchen und entwickeln und Revolutionen machen. Die digitale Revolution ist ein Meilenstein der Schweißgeschichte. Die Stromquellen arbeiten mit einem digitalen Signalprozessor, der den gesamten Schweißprozess regelt. Etwa die Parameter über Synergic-Betrieb. Sie werden automatisch so präzise eingestellt, dass spritzerfreies Zünden möglich ist. Oder den Impulslichtbogen. Oder konstante Lichtbogenlängen bei wechselndem Stickout. Oder, oder, oder. Und alles ganz einfach. So sind Prozessdaten über das Internet zu steuern, zu kontrollieren und zu archivieren. Das war ein schönes Stück Arbeit. Das Ergebnis? Perfekte Schweißergebnisse. Immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Untertitelung. Untertitelung.